So jetzt kommt noch Shop Super Heldenskins Ich hätte ja eher gedacht, dass heute vielleicht ein neuer Skin kommt Da gibt es noch einen Weiß nicht, also Ich werde das Ganze hier so ein bisschen überspringen Ja, okay, gut Dann haben wir hier noch Ausrüstungspaket Das haben wir noch Die kann Jetzt alles drauf machen, was man will Cupcake Mode gibt es noch Monikon Da kann man noch irgendwas drauf machen So, dann Das ist ne interessante Reihe Also das ist interessant selbst Weil es hier als dunkle Reihe aufgeführt wird Sind jetzt zwar nicht alle in irgendeinem Paket Der war hier als dunkle Reihe Da hat es die Finzerherz Finzerbomber Dunkler Dino-Kommandanten Dunkler Rex Verhexler Dann Donner Ross Glypherde Dunkler Eins Dunkler Dino-Knochen Dann Dann Gefräßige Geschwindigkeit Okay Da drin Kelle Rie Das Das Gibt nur das Dann Genau Ja So ist das dann mit Der Reaktivität Das ist ziemlich nice Das ist ganz schön laut Hört sich das an Ja es ist verdammt laut Echt ey Gleichzeitig Ich kenne hier alle Farben Tornado Drehung Hier Adrenalinsurerin Totales Tempo Ich hatte es doch nicht was Paket gibt Ich meine da war irgendwas das hier mal ins Paket kommen sollte aber Ist doch nicht das ist einfach ein Cuttermesser. So sieht ein Cuttermesser aus. Das ist das vierseitige Schnappschwert. Gelexipaket. Gefühlt gibt es jetzt schon drei, also eines gab es exklusiv, für euch ist mein Job. Das ist jetzt das dritte Kopfstipp und viertes. Motto, Motto Mando. Das heißt, es sind seine Pickaxe drin gewesen. Wollen wir mal fragen, jetzt ist er wieder dran. Rauchdrache. Paket. Dann noch Furchtloser Drache. Das ist kein Stil. Phantomflamme. So, was haben wir noch? Den Flopper, der ist auch drin. So, dann Gewitter. Sturmblitz. Sturmauge. Turbulent. Die sind noch drin. Dann haben wir wohl noch ein bisschen. Täglich. Sperrspezialistin. Sandtax. Ne, Sandhaifahrerin. Sandhaifahrerin heißt so. Ja, genau. Sauberer Schnitz. Das ist nicht im Palantjaga-Paket drin. Leider nicht was. Oder ist das komplett etwas anderes? Pageletten. Pageletten. Boah, ich kann es leider nicht aussprechen. Sorry. Wappelquatsch. Es war 68 Tage nicht mehr drin. Sie fragt, ob das da hinten ist. Schwere Schritte. So, J. Belvin noch drin. Patrick Amores. Oh. Ist gar nicht mehr so viel an Schwimm-Pakete sind wieder raus. Ich denke mal, das leert sich jetzt demnächst wieder ein bisschen. Ich denke mal, das hier wird noch drin bleiben. Und zwar wird das ganz unten irgendwo aufgelistet sein. Aber hier dunkle Reihe und... Ja, dunkle Reihe könnte wieder verschwinden. Ich denke aber, passt an Helden an. Es wird dann wahrscheinlich auch noch mal morgen drin bleiben. Und dann wird auch wieder verschwinden. Bleiben immer so zwei Tage drin, Minimum. butts. Dann haben wir noch ein Suناger klappt.